Frau Domscheiberg, das ist aber wirklich eine gemeine Frage. Das gebe ich zu, aber sie ist ja trotzdem wichtig. Herzlich willkommen zum ersten Videoausschussreport im neuen Jahr und auch in dieser neuen Legislatur. Denn erst jetzt hat der Digitalausschuss zum ersten Mal fachlich getagt, am 12. Januar 2022. Vielen Dank übrigens auch noch für euer super nettes Feedback nach meinem letzten Videoausschussreport am Ende der alten Legislatur. Hab mich sehr darüber gefreut und hoffe, dass ihr auch diesmal wieder dabei seid. Der Digitalausschuss ist in dieser Legislatur sogar aufgewertet worden. Er ist jetzt einem Ministerium direkt zugeordnet, nämlich dem Ministerium für Digitales und Verkehr und wird damit in Zukunft sogar auch mal Federführungen erhalten. Das ist uns in der letzten Legislatur ja praktisch nie gelungen. Genau dreimal und das war nur zur Kenntnisnahme zu irgendwelchen Dokumenten zu sagen oder zu empfehlen. Für Entscheidungen hatten wir also nichts. Die neue Ausschussvorsitzende ist Tabea Rösner vom Bündnis 90 Grüne. Auch die stellvertretende ist eine Frau, nämlich Anna Kasautsky von der SPD. Ich bin gespannt, wie die Zusammenarbeit sich aus einer anderen Sortierung von Opposition und Koalition in Zukunft darstellt. Eine kleine Enttäuschung war schon mal, dass dieser Ausschuss nicht öffentlich stattfand, obwohl ich das beantragt hatte und obwohl es so klang, als wollte die Ampel das künftig auch so machen. Ich bin da aber noch ganz optimistisch, dass das in den künftigen Digitalausschüssen noch anders wird. Ich werde es jedenfalls jedes einzelne Mal beantragen. Zwei Themen hatten wir diesmal. Es ging einmal um die immer noch nicht gut funktionierenden digitalen Meldeketten im Gesundheitswesen und das zweite Thema war die im Dezember aufgetauchte, massenhaft verbreitete Log4J oder Log4Shell Sicherheitslücke. Zum Thema Digitalisierung rund um die Gesundheitsämter hatte ich schon mal im Februar 2020 ein Video gemacht. Das verlinke ich euch hier. Da gibt es noch ein bisschen mehr Detail. Jetzt noch mal grob in Kürze. Da gibt es eine sehr heterogene IT-Landschaft auf Deutschland verteilt. Da gibt es zuerst DEMIS, das Deutsche Elektronische Meld- und Informationssystem für den Infektionsschutz. Das ist der elektronische Weg vom Labor zum Gesundheitsamt. Da werden auch automatisch Meldungen als RKI geschickt, aber zu einer Person kann es mehrere Meldungen geben. Das heißt, mit den Meldungen, die direkt vom Labor ins RKI gehen, kann das RKI gar nicht so viel anfangen. Die müssen erst bearbeitet, gebündelt und sortiert werden im Gesundheitsamt und von dort gehen sie dann mit einer anderen Software-Schnittstelle an die Landesbehörden. Das ist nämlich Surfnet. Dazwischen ist aber in der Regel noch eine andere Software. In einem Drittel aller Gesundheitsämtern ist das das System SORMAS, das das Helmholtz-Institut seinerzeit für Ebola in Afrika entwickelt hat. Dieses SORMAS soll eigentlich elektronische Schnittstellen haben, aber da ist einerseits viel Händisches dabei und zum anderen haben gerade mal nicht mal ein Drittel der Gesundheitsämter diese Schnittstelle aktiviert. Vielmehr haben SORMAS installiert, machen damit ihre Kontaktverfolgung, aber eben nicht die Datenweiterleitung. Dazu brauchst also immer Surfnet und irgendein anderes System dazwischen und und so passiert es, dass die Meldeketten viele Bruchstellen haben, viel händische Arbeit und viel zu lange dauern. Red und Antwort stand uns unter anderem die Parlamentarische Staatssekretärin Dittmar aus dem Gesundheitsministerium. Sie ist mir vor allem durch widersprüchliche Aussagen aufgefallen. Ein Abgeordneter fragte zum Beispiel, wie lange ist denn die Meldeverzögerung und ihre Antwort war, es gibt doch eigentlich gar keine, weil die Meldungen ja automatisch vom Labor auch ans RKI gehen. Aber ich habe euch ja schon erklärt, warum das RKI mit diesen Daten gar nichts anfangen kann. An der anderen Stelle hat sie gesagt, ja große Meldeverzögerungen, aber die gehen auf organisatorische Prozesse in den Ländern zurück. Die einen Länder melden schneller, andere melden langsamer, die einen melden über Weihnachten, die anderen nicht. Kann man machen, nix als bunt. Ja, dann hat sie aber auch gesagt, es gibt ja so eine komplexe, heterogene IT-Landschaft und man müsse die schlecht funktionierenden oder fehlenden Schnittstellen verbessern. Und deswegen gäbe es einen Digitalpakt für den öffentlichen Dienst, der genau das beseitigen soll und sie betonte, wie starke sich auch darauf auswirken würde, diese Meldeketten besser zu machen. Also eins von den drei Sachen ist es, es ist wahrscheinlich das letzte. Zum Digitalpakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst hat auch Unterabteilungsleiter Renner am Bundesgesundheitsministerium sich geäußert. Er hat gesagt, da arbeitet man an der Entwicklung einer vereinheitlichten Architektur, zumindest für Teile des Systems. Man arbeitet mit dem RKI zusammen, will auch irgendein Reifegradmodell da entwickeln, sei dann noch am Anfang, aber trotzdem schon weit gediehen. Und wir werden mal sehen, was dabei rauskommt. Zu Gast war auch Bundesdatenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragter Ulrich Kelber, der natürlich nochmal betont hat, dass auf keinen Fall der Datenschutz irgendwas mit diesen Problemen zu tun hätte. Im Gegenteil, es ist auch im Sinne des Datenschutzes, wenn Daten nicht mit vielen Medienbrüchen über lange Zeit hinweg von A nach B wandern, sondern wenn das schnell und automatisch digital zum Beispiel direkt vom Krankenhaus an das RKI geht. Da sprechen wir vom Hospitalisierungsindex, der auch eine extreme Verzögerung hat. Die Daten sind im Prinzip gar nicht verwertbar. Dann ist es auch im Sinne des Datenschutzes. Er betonte auch, dass er sich da mit sämtlichen Länderkollegen einig ist. Datenschutz und Innovation widersprechen sich also nicht. Die extrem verzögerten Daten beim Hospitalisierungsindex habe ich auch angesprochen. Denn der dient ja auch Bundesländern dafür, Maßnahmenentscheidungen zu treffen. Und aus zwei Gründen ist da die Verzögerung so extrem hoch. Zum einen gibt es keine elektronische Schnittstelle zwischen Krankenhäusern und Gesundheitsämtern. Das heißt, da gehen wirklich noch Faxe hin und her. Zum anderen gibt es das Problem der Zuständigkeit. Denn das Krankenhaus schickt das Fax immer an das in dem Landkreis gelegene Gesundheitsamt. Der Patient kann aber ganz woanders herkommen. Das wissen wir ja, weil Krankenhäuser auch überfüllt sind, wird da auch hin und her geschattelt. Das heißt, bei dem einen Gesundheitsamt, wo es hingeschickt wird, liegt es erstmal eine Weile rum. Dann wird die Zuständigkeit ermittelt. Dann wird es an ein anderes Gesundheitsamt geschickt. Da liegt es dann auch wieder eine Weile rum und schwupps sind zwei Wochen um. Ich habe also gefragt, was macht man denn, um dieses Problem zu beseitigen? Da gab es eine hoffentlich auch in der Realität positive Antwort. Es sollen nämlich auch die Krankenhäuser an das DEMIS-System angeschlossen werden, um elektronisch die Daten melden zu können. Und das soll sogar noch im ersten Quartal 2022 fertig werden. Wir haben auch noch eine Reihe anderer Fragen diskutiert, für die es keine Antwort gab, weil die Zuständigkeit irgendwo anders liegt. Zum Beispiel hat ein Abgeordneter gefragt, liegt es dann eigentlich auch an den massenhaft anfallenden LUCA-Daten, dass die Gesundheitsämter so überfordert sind und sind die überhaupt sinnvoll, diese Daten von LUCA? Die Antwort darauf mit salomonischem Blick aus der Richtung Gesundheitsministerium. Das entscheiden die Bundesländer, die prüfen das auch gerade. Wir erinnern uns, eine Verlängerung der Verträge steht im Februar an. Ich hätte so eine ganz eigene Meinung dazu, die teilen inzwischen auch viele andere Medien zum Beispiel. Die Zeit hat gerade geschrieben, dass die Corona-Warn-App am letzten Wochenende mit über 500.000 Warnungen so viele Menschen gewarnt hat, wie die LUCA-App in ihrer gesamten Lebenszeit. Und aktuell warnt praktisch niemand mehr über LUCA. Also könnt ihr löschen, braucht keiner. Liebe Bundesländer, verlängert die Verträge nicht. Unser zweites Thema war die Sicherheitslücke LOG4J. Die heißt deshalb so, weil es eine kleine Logging-Software, also eine Software ist, die Dinge protokolliert wie in einem Logbuch und das für Java-Programme macht. Das muss man sich vorstellen, so eine kleine Bibliothek wie ein winziges kleines Zahnrad, das als kleines Puzzle-Bauteil in andere Software-Pakete eingebaut wird in irgendwelchen Programmen. Und oft wissen Hersteller so gar nicht unbedingt, dass dieses eine Zahnrad bei ihnen verbaut ist. Ist ein bisschen so, als würde man zu einem großen Haus hingehen und sagen, die Schraube, ich erfinde mal was, E2317-12, die ist irgendwie kaputt. Habt ihr diese Schraube in dem Haus verbaut? Und deswegen ist diese, es ist nicht ganz klar, in wie vielen IT-Systemen eigentlich dieses kleine Bauteil, dieses Log4J-Programm drin ist, was große Probleme verursacht. Denn sie ermöglicht einen relativ leichten Angriff durch Dritte, ein Einschleusen von Schadsoftware, das die Übernahme des eigenen, also die unerwünschte Übernahme des eigenen IT-Systems ermöglicht. Will man natürlich gar nicht haben, kam am 9. Dezember bei uns raus, überall auf der Welt bekannt geworden und schon zwei Tage danach war das BSI so erschüttert über das Ausmaß dieser Sicherheitslücke, dass sie die allerhöchste Warnstufe Rot ausgerufen haben. Wir wollten wissen, ist auch Bundes-IT betroffen? Was ist überhaupt die Einschätzung des BSI aktuell, paar Wochen später, zu dieser Sicherheitslücke? Das klang erstmal jetzt gar nicht so schlimm, also man zeigte sich positiv überrascht, dass es so wenig nachgewiesene, bösartige Angriffe gegeben hat. Es gab wohl hauptsächlich IT-Sicherheitsforscher, die geguckt haben, ob irgendwo die Lücke existiert oder nicht. Aber wenig nachgewiesene Angriffe, zumindest in Deutschland. Auch bei Bundesbehörden sei nur eine Handvoll verwundbarer IT-Systeme aufgedeckt worden, da seien alle Sicherheitslücken geschlossen worden. Da gibt es ja Patches von den Herstellern jeweils dafür, die muss man dann einspielen und dann soll eigentlich alles gut sein. Nun hat sich mir aber die Frage gestellt, was ist denn eigentlich mit veralteter Software? Da gibt es ja gar keine Patches mehr von den Herstellern, die können also auch von niemandem mehr eingespielt werden. Und wir wissen durch Anfragen der Linksfraktion, dass solche Software im Bund noch eingesetzt wird und zwar unterschiedliche Arten davon. Ich habe also gefragt, gibt es denn in allen Bundesbehörden ein Asset Management für Software? Also ein Katalog, in dem genau drin steht, welche Software man überhaupt im Einsatz hat. Die Antwort war relativ eindeutig. Nein, die haben nicht alle ein Asset Management. Die, die eins haben, haben auch nicht unbedingt ein gutes. Aber mit dem neuen BSI-Gesetz hat das BSI das Anrecht auch unaufgefordert Prüfungen durchzuführen. Und uns wurde versichert, dass das Asset Management auf jeden Fall Bestandteil solcher Prüfungen ist. Manche Fragen blieben auch diesmal unbeantwortet. Das kennt ihr schon, ein häufiges Phänomen in Befragungen der Bundesregierung. Zum Beispiel haben wir gefragt, war denn irgendeiner Bundesbehörde, Klammer auf, wir denken da an Geheimdienste, Klammer zu, diese Sicherheitslücke schon vorher bekannt? Dazu gibt es keine Kenntnis. Dann habe ich gefragt, kann man denn ausschließen, dass diese Sicherheitslücke von deutschen Sicherheitsbehörden eingesetzt wird? Jetzt oder in Zukunft? Denn auch draußen wird diese Sicherheitslücke wahrscheinlich noch Jahre bestehen bleiben. Die Antwort war, dazu liegen uns keine Informationen vor. Und, das sagte Parlamentarischer Staatssekretär Saathoff, wenn wir welche hätten, würden wir die nicht hier erzählen, sondern im Parlamentarischen Kontrollgremium. Ich denke mir da so meinen Teil und ihr wahrscheinlich auch. Dieses kleine Log4J ist übrigens ein Open-Source-Programm und auch das war Teil der Debatte. Denn oft werden wichtige, kritische Komponenten von Open-Source-Infrastruktur von einzelnen Menschen in ehrenamtlicher Arbeit weiterentwickelt. Und eigentlich muss man besser dafür sorgen, dass es mehr Ressourcen für solche kritischen Elemente gibt. Dafür soll es den Sovereign Tech-Fonds geben. Den hat schon die alte Koalition angestrebt. Jetzt soll er umgesetzt werden. Wir haben also im Ausschuss danach gefragt, was ist denn der Stand der Dinge? Wann kommt er? Und kommt er mit den avisierten 50 Millionen Euro? Oder wird er vielleicht sogar aufgestockt nach diesen neuen Erkenntnissen? Die Antwort weiß man aktuell nicht, liegt irgendwie woanders, soll uns aber nachgereicht werden. Also stay tuned. Eine meiner Fragen hat dann das BSI ein bisschen gequält. Also als erste Antwort gab es, oh Frau Domscheiberg, das ist aber wirklich eine gemeine Frage. Das gebe ich zu, aber sie ist ja trotzdem wichtig. Da ging es nämlich darum, dass dieses kleine Softwarepaket, dieses Zahnrädchen, die ja nicht nur in Computern, in Servern irgendwo eingebaut ist, in großen Softwareprogrammen, sondern auch als sogenannte Embedded Software im Internet der Dinge. Das kann im Auto sein, das kann der smarte Toaster sein, das kann ein Smart Mieter sein, was auch immer. Wenn da eine Java Bibliothek drinne vorkommt und irgendwas protokolliert wird, ist es vielleicht mit Log4j. Ich habe also gefragt, wie sieht es denn aus im Bund? Da werden ja auch vernetzte Dinge eingesetzt, vom Autos bis zum, ihr wisst schon. Und der Vertreter des BSI hat gesagt, es ist tatsächlich so ein weißer Fleck auf ihrem Radarschirm. Das wissen sie auch, dass sie da eine offene Stelle haben. Denn sie befassen sich eigentlich nur mit klassischen Computern, Servern, Softwareprogrammen und so weiter, aber eben nicht mit dem Internet der Dinge. Das ist in einer Welt, in der wir sehr viel mehr Dinge haben, die sich mit dem Internet verbinden, als Computer, die sich mit dem Internet verbinden, natürlich ein Problem auch für die IT-Sicherheit im Bund. Definitiv ein Thema, mit dem ich mich mehr beschäftigen werde. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr auch in dieser Legislatur mich weiter begleitet und euch im Digitalausschuss Report über den Digitalausschuss im Bundestag informiert. Hier könnt ihr übrigens auf dieses kleine Bimmelglöckchen klicken, dann abonniert ihr meinen Kanal und werdet auf keinen Fall einen neuen Ausschuss Report verpassen. Schmerzen. Das ist alles.